Klemm und Tupfer, Skalpell, Mikrofon, gut, ich bin soweit, ich eröffne den Podcast und Justin, damit wünsche ich dir und allen unseren ZuhörerInnen ein wunderschönes Neujahr 2022. Wir haben ein paar Themen heute mit dem Gepäck, ich sag's dir ganz ehrlich, ein bisschen aufgeregt bin ich sogar heute auf die Folge, aber Justin, führ uns doch erstmal, wie immer, ganz gewohnt, wie auch schon im Jahr 2021, erstmal ein. Ja, moin Leute, erstmal auch von mir, frohes neues Jahr. Ja, wie fängt man so eine Folge am besten an? Also normalerweise sind wir jetzt nicht so die, na doch, den einen oder anderen Clickbait haben wir auch mal rausgehauen bisher, aber ihr seht ja am Titel, das Ganze ist ein Retalk heute, also da kann man, ja da fangen wir heute mal an, sehr ehrlich und sehr offen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Apropos Nähkästchen, Lukas. Ähm, na wie mach ich das am besten? Erstmal, als allererstes, das ist mir nämlich mal wichtig, machen wir das mal so. In der nächsten Zeit, bevor wir überhaupt darüber sprechen, wie es heute weitergeht mit uns, beziehungsweise wie es mit dir weitergeht und wie es mit mir weitergeht, denn das ist ja heute so ein bisschen zentrales Thema. Ähm, in der nächsten Zeit erstmal, kommen im Januar extrem geile Folgen auf euch zu, finde ich zumindest. Wir haben für euch im Gepäck, ja, steht schon auf dem OP-Plan quasi, äh, die Folge mit Jette Lüdersen, ein, äh, sehr, ja, bewundernswertes Junge, eine, eine sehr bewundernswerte junge Dame, sag ich es mal so, die, äh, einer Leukämie im Jugendalter erkrankt ist, auch einen Rezidiv bekommen hat und am Ende durch eine Stammzelltransplantation überlebt hat. Diese Folge kommt, wenn ihr sie jetzt hört, tatsächlich nächste Woche müsste das sein. Genau, am 12., wenn ich sie im Kopf hab, auf YouTube und dann am 14. auf Spotify. Werden wir euch aber auf jeden Fall nochmal auf Instagram Bescheid geben. Das Nummer 1. Die Folge ist wirklich gut geworden, finde ich. Und, äh, da hört es sich auf jeden Fall reinzuhören, äh, lohnt es sich reinzuhören. Und dann haben wir auch noch eine weitere Folge, ähm, mit Finja. Finja studiert auch Medizin, ja, die übrigens auch, aber ist egal. Finja studiert auch Medizin und ist an einer Depression erkrankt und auch an einer Essstörung. Und wir reden mit ihr sehr, sehr, würde ich sagen, offen, ehrlich und direkt darüber, wie sie damit umgeht. Und wie, ja, das typische, wie immer, auch psychische Erkrankungen oft noch zu sehr stigmatisiert werden. Auch das eine Folge, die uns sehr nahe gegangen ist und uns sehr interessiert. Deswegen lohnt euch, äh, es lohnt sich im Januar richtig am Start zu sein. Und, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert, damit ihr nichts verpasst. Aber so viel erstmal dazu. Das wollte ich als allererstes sagen. Als zweites, Lukas. Ich finde das übrigens mit dem, mit dem, mit dem OP-Plan finde ich eine sehr witzige Sache. Das finde ich gut. Der kam mir gerade spontan irgendwie, der kam mir echt spontan. Ja, das, 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 das gefällt mir. Ja, das gefällt mir. Für die heutige OP müssen wir ja noch unser Team-Timeout machen, Lukas. Fang doch mal an. Definitiv. Ja, Team-Timeout. Ich hab irgendwie immer im Kopf beim Team-Timeout, dass man hier so wie beim, wie beim, wie beim Football ist, äh, beim Timeout so macht. Aber das, das macht man ja überhaupt nicht. Aber irgendwie hab ich das trotzdem immer, immer direkt im Kopf. Team-Timeout, Justin. Wer ist denn heute unsere erste Assistenz? Wer ist unsere zweite Assistenz? Wir haben ja eigentlich zwei AssistentInnen heute mit am Start. Wer ist die Nummer eins? Wer ist die Nummer zwei? Wer darf uns heute begleiten? Wer darf uns supporten? Die Nummer eins heute sind die Med-Coaches. Und zwar aus dem Grund Nummer eins, weil es letzte, äh, letzte Chance ist, quasi bis zum 15.1. Ersten sich für den Hamnat einzuschreiben. Ihr wisst es, vielleicht auch noch nicht, aber der Großteil weiß es, Lukas und ich sind beide über den Hamnat ins Studium gekommen. Deswegen ist es uns ein besonderes Anliegen, dass ihr, äh, ja, auch das beste Material quasi mitbekommt, äh, mit an die Hand bekommt, um euren Studientraum verwirklichen zu können. Wir haben mit den Med-Coaches gesprochen. Wir wären froh gewesen, wenn es damals schon solche, äh, Übungsmaterialien in der Art und Form, wie es sie heute gibt, auch schon gegeben hätte. Und, Lukas, mit dem Code Küchenmedizin, alles groß geschrieben, Küche mit Ü, könnt ihr wie viel sparen? Zehn Prozent. Richtig. Nee, ganze, ganze zehn Prozent, genau. Ganze zehn Prozent könnt ihr sparen. Und ist es aktuell nicht sogar, sogar noch reduziert, trotzdem? Das müsste ich jetzt mal nachschauen, aber es, äh, ist definitiv so, dass sich der Rabatt steckt. Genau, das ist immer so eine Sache, da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, weißt du, bei, bei anderen so, okay, da ist jetzt rabattiert, ne, und dann geht der andere Code nicht noch dazu. Ist in dem Fall, wäre das halt nicht so. Man kriegt zusätzlich auf das, welches eh rabattiert ist, ähm, ist es? Ja, 33 Prozent, mit unserem Code dann 43 Prozent auf das gesamte, äh, Hamnat-Vorbereitungspaket. Das müsst ihr euch mal, äh, ja, das müsst ihr euch erstmal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Ja, aber gibt es nicht sogar noch was zu gewinnen, Justin? Es gibt auch noch was zu gewinnen. Und zwar, oh, Lukas, nee, da würde ich gerne mal an dich weitergeben, das machst du doch mal. Du bist immer die Glücksfee gewesen bisher bei unseren Gewinnspielen. Ich bin immer die Glücksfee gewesen. Ja. Ähm, diesmal ist es aber dann tatsächlich, die haben ja jetzt sogar auch den, für den TMS, sind das jetzt die, die, der Hamnat-Coach ist übergegangen zu den Med-Coaches im Prinzip und haben sich noch auf den TMS ausgeweitet. Und da gibt es ähnlich, genauso wie sie es für den Hamnat eben schon gemacht haben, Material, diesmal sogar halt auch für den TMS. Da kann man sich auch noch bis zum 15. Januar für anmelden, wenn mich da nicht alles täuscht. Justin nickt schon, das ist doch wunderschön. Ähm, und da gibt es dann für euch zu gewinnen. Dann, genau, ein Zugang von den Med-Coaches, ähm, ja, deren, deren TMS-Zugang. Da müssen wir jetzt sagen, die sind natürlich neu an den Start gekommen, wir kennen das Material jetzt nicht, wir sind auch in dem TMS nicht so bewandert, dass wir uns richtig auskennen, was gutes Material ist, was nicht gutes Material ist. Wir kennen die Jungs aber, wir kennen die vom Hamnat, den Hamnat, der Hamnat-Coach ist auch schon sehr etabliert und gut. Ähm, deswegen, wenn ihr da Bock drauf habt, deren Material auch zu probieren, ähm, und den Jungs auch vertraut, dann, ja, könnt ihr auch da sehr gerne gewinnen. Justin, was muss man dafür machen? Das müssen wir jetzt hier live raus ausmachen, ne? Hm? Ja? Ich muss noch ruhig. Also, ich muss noch einmal noch mal korrigieren. Hier steht, Anmeldephase war bis zum 28. Dezember. Und am 3. Januar startet jetzt die erste Phase. Da müsst ihr noch mal gucken, wenn ihr nicht wisst, was die Phasen für euch bedeutet, äh, was die Phasen bedeuten in unser Video. Da haben wir auch ein ausführliches Video zu gemacht. Ähm, ist aber kein Problem, weil die Leute, die sich angemeldet haben, die brauchen natürlich möglicherweise trotzdem noch, äh, Materialien. Was ihr dafür machen müsst, Lukas, das haben wir eigentlich gar nicht besprochen, ne? Nee, eben, deswegen wollte ich gerade sagen, das müssen wir jetzt mal spontan ausrambulern, was wir dafür noch tun müssen. Das müssen wir jetzt mal hier aus, äh, rambulieren. Hm. Ich würde sagen, kommentieren auf jeden Fall. Wurde halt im YouTube-Video. Ja. Ich glaube, das ist auch eigentlich so mit das Leichteste, was man machen kann. Also, auch diejenigen, die auf Spotify sind, am besten einmal auf den YouTube-Channel gehen. Video liken. Das Ganze kommentieren. Account abonnieren. Genau, YouTube natürlich liken. Das selbstverständlich. Am besten auch bei Spotify noch bewerten. Ähm, einmal natürlich eine Fünf-Sterne-Bewertung. Ansonsten kann man bei dem Gewinnspiel nicht teilnehmen. Ähm, ne, genau. Und dann könnt ihr da am besten teilnehmen, weil das ist sonst irgendwie alles ein bisschen schwierig, ob man das jetzt über Instagram macht oder so. Über Spotify kann man uns jetzt eh auch nicht schreiben oder über die E-Mail. Deswegen, das Leichteste ist einfach einmal kurz auf YouTube gehen, einen Kommentar schreiben und dann seid ihr am Gewinnspiel eigentlich schon mit dabei. Und dann würden wir uns bei euch melden. Schreibt euren Insta-Namen mit dazu. Dann können wir uns bei euch melden. Dann müssen wir ein bisschen aufpassen, dass die nicht gesperrt werden. Da gab es schon mal Probleme mit dem Insta. Okay. Also, vielleicht würde ich erstmal sagen, lasst das mal erstmal, damit wir keine Probleme kriegen. Aber guckt bitte eine Woche später auf jeden Fall auf das YouTube-Video. Also, wenn ihr, egal ob ihr uns auf Spotify hört oder nicht, guckt am Mittwoch den, welcher ist das, Lukas? Das ist der 10. dann, ne? Das ist dann der 10. Genau. Mittwoch dem 10. müsst ihr bitte nochmal um 18 Uhr oder so auf YouTube gucken unter das Video, damit ihr dann sehen könnt, ob wir euch da nochmal angeschrieben haben. Das ist vielleicht das Beste. Der 12. Der 12. Der 12. Mein Gott, jetzt verziert durcheinander, du. Also, Mittwoch der 12. Ich glaube, damit ist alles klar. Eine letzte Sache, vielleicht noch ein kleiner Disclaimer, bevor wir hier 8 Minuten jetzt schon reden, bevor es überhaupt losgeht. Ja. Oh, Mann. Eine letzte Sache vielleicht nochmal. Wir können, wie gesagt, zu den Materialien nichts sagen. Die sind neu. Wir wissen, dass die Mac-Coaches von ihrem Hamnat sehr berühmt und echt gut sind. Da definitiv eine Empfehlung. Beim TMS ist so ein bisschen off-label. So ein bisschen auf eigene Gefahr, muss man sagen. Heißt nicht, dass die schlecht sind. Aber da es halt für lau ist, finde ich, ist da kein großes Risiko. Da verarschen wir euch ja auch mit nichts. Deswegen Hamnat, Empfehlung. TMS muss man gucken, aber haben oder nicht haben. Deswegen da erstmal das Gewinnspiel an der Stelle. Genau. Ja. Ich hoffe die ganze Zeit irgendwie, dass die Sonne nicht zu sehr jetzt in die Augen scheint. Weil jetzt die ganze Zeit war es bewölkt. Jetzt wird es irgendwie freier und mir scheint die Sonne genau in die Augen. Vielleicht muss ich gleich mal die Vorhänge zuziehen zur Not. Egal. Justin, zweite Assistenz. Ja, die zweite Assistenz, würde ich sagen, machen wir dann in der Mitte der Folge, damit es jetzt hier nicht zu lang geht. Wir sind ja schon neun Minuten am Quatschen und haben noch nichts hier auf die Kette bekommen. Ja, okay. Dann starten wir, würde ich mal sagen, vielleicht auch mit der Operation heute. Dann starten wir mit der Operation. Ja, ich sage mal, den Schnitt für das Thema hast du ein bisschen du gesetzt, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Ja, ich würde sagen, ich muss sagen, eigentlich habe ich immer eine gute Einleitung für so ein Thema, aber heute muss ich sagen, fällt es mir schwierig, da jetzt irgendwie zu sagen, außer Lukas, erzähl doch einfach mal. Ich würde sagen, du erzählst einfach mal so ein bisschen. Worum geht es und was ist überhaupt so das Ding heute? Das ist übrigens ganz clever, zu sagen, wenn man keine wirkliche Einleitung hat, einfach zu sagen, dass man keine wirkliche Einleitung hat, weil dann hast du ja auch wieder dadurch eine Einleitung. So nämlich. Das ist gar nicht. Das ist auf jeden Fall eine clevere Sache. Boah, ja, es ist irgendwie, es fällt mir irgendwie auch selbst schwer, da jetzt so richtig einzusteigen. Das kenne ich so gar nicht. Ich kriege leicht schwitzige Hände. Es fällt mir jetzt, boah, fällt mir irgendwie echt gar nicht so richtig leicht. Also, ich überlege gerade, wo fängt man da am besten an? Und das ist, ja, eigentlich müsste man, wenn man jetzt wirklich die Geschichte komplett aufrollt, müsste man wahrscheinlich schon ein bisschen weiter in der Vergangenheit dann graben oder beziehungsweise auch am Anfang, am Anfang des Studiums halt wahrscheinlich schon gehen, würde ich jetzt eigentlich ungern. Ich würde eigentlich jetzt direkt auch sagen, wofür ich mich halt entschieden habe. Ich habe mich entschieden, erst mal das Fenster hier mal kurz ein bisschen zur Seite zu machen. Boah, jetzt geht es hier, die krankesten Cliffhanger. Jo. So. Nein, ich habe mich, ich habe mich dafür entschieden, mein Staatsexamen ein halbes Jahr später zu schreiben, um das erst mal einfach kurz die Katze aus dem Sack zu lassen. Ich werde mein Staatsexamen erst im, wann ist das dann, April schreiben. Und nicht schon im Oktober, diesen Jahres, kann man ja jetzt so sagen, aber das hört sich aber auch krass an, ne? Dieses Jahr Staatsexamen, Justin? Für mich hört sich das krass an. Was macht das mit dir? Für mich macht das zweierlei Gefühle, Angst und Freude, beides. Ich meine, wir haben da ja schon öfter drüber gesprochen. Du weißt ja, ich würde sofort in den 100-Tage-Lernplan gehen, wenn ich könnte. Einfach weg mit der Uni, also das klingt so richtig aggressiv gerade, ne? Aber einfach weg mit den ganzen Sachen, die jetzt noch sind, einfach direkt starten und ab den Fisch, einfach um es wegzuhaben. Das ist so, was es bei mir auslöst, ja. Aber ich habe auch Angst, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, okay. Also das ist aber, glaube ich, genau der größte Unterschied gerade so zwischen uns beiden, dass bei mir das eher auslöst, der 100-Tage-Lernplan. Boah, ne. Einfach, einfach bitte nicht. Habe ich einfach irgendwie überhaupt gar keine, gar keine Lust drauf. Ist mir, ja, weiß ich nicht, bin ich gerade überhaupt, was heißt, bin ich nicht in Stimmung für? Natürlich kommt es, glaube ich, nicht vor, dass man an dem Punkt ist zu sagen, boah, jetzt habe ich richtig Bock, 100 Tage durchzulernen. Ich glaube, an dem Punkt wird man nicht kommen. Da werde ich auch nicht dran kommen, wenn ich jetzt ein halbes Jahr quasi das nach hinten verlege. Was für mich einfach nur Teil der Entscheidung halt war, das Ganze zu verschieben ist, dass wir im Sommersemester natürlich ja noch eine Klausurenphase beispielsweise vorher haben. Das war so, das war so der erste Gedanke. Das erste Mal die Idee gekommen ist mir, ich weiß gar nicht, ob das jetzt im November oder im Dezember letztes Jahr war, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube so Ende November, Anfang Dezember, da war irgendwie das erste Mal so dieser Gedanke dann halt da. Damals war es eigentlich eher noch so ein spaßhalber Gedanke, zu sagen so, ja, mein Gott, warum verschiebst es nicht einfach? Warum schreibst du eigentlich dein Staatsexamen nicht einfach ein halbes Jahr später? Wer hindert mich denn daran? Warum denn nicht? Und dann habe ich den aber ziemlich schnell wieder verworfen und habe gesagt, ja, nee, komm, zieh es jetzt durch. Du gehst da jetzt quasi nicht mit der weißen Flagge, die wir ja so oft schon angesprochen haben, in diese Prüfung, sondern du ziehst das Ganze jetzt halt durch. Aber dann habe ich dann trotzdem immer öfter darüber nachgedacht, weil ich dachte, okay, wir kommen in eine Klausurenphase im Juni beispielsweise mit neun Klausuren. Das ist bei uns halt an der Uni so. Und dann hat man ziemlich genau 100 und lass es zwei oder drei Tage sein für den 100-Tage-Lernplan, bis dann halt wirklich das zweite Staatsexamen geschrieben wird. Und da war dann halt so, wie gesagt, der ursprüngliche erste Gedanke, warum entzehre ich mir das nicht einfach selbst und umgehe quasi Klausurenphase plus 100-Tage-Lernplan, dann Staatsexamen. Weil daraus wird irgendwie, gefühlt für mich, aus einem 100-Tage-Lernplan, der eigentlich eine Klausurenphase mit einer, also die vorne an noch ist, nochmal 30 Tage mehr, eigentlich eher so ein 130, 140-Tage-Lernplan mit neun Prüfungen, die man von der Uni ausschreibt, dann 100 Tage später, drei Tage hintereinander das Staatsexamen. Ja, und da habe ich einfach angefangen, diesen Gedanken durchzuspielen, weil es mir auch zu dem Zeitpunkt, ich war ziemlich müde und kaputt, ja, das müsste man jetzt, das fällt mir jetzt halt irgendwie schwer, so darüber so richtig zu reden und dass das auch richtig verständlich rüberkommt, dass man das auch wirklich nachvollziehen kann. Aber jetzt habe ich erst mal einen Monolog gehalten, du kannst gerne ja auch immer einhaken, ich bin da so ein bisschen, ich weiß, so ein bisschen wuselig und unstrukturiert, aber ich bin auch gerade ehrlich gesagt so ein bisschen aufgeregt, dass so, dass sozusagen, sagen und das so, weißt du, weil das ist jetzt so das erste Mal, jetzt steht es so fest, weißt du, so vorher war immer noch so, ich kann auch gefühlt zurückgehen, aber jetzt steht es, jetzt steht es eigentlich, gut, es steht eigentlich auch schon seit ein paar Tagen wirklich fest, aber ja, jetzt ist es halt so, gefühlt, jetzt ziehe ich das halt auch so durch, jetzt ist die Entscheidung getroffen, was auch ein gutes Gefühl ist. Ja, ich sage mal so, also als allererstes, um dich mal kurz auszubremsen, theoretisch sagt der Podcast überhaupt nicht, ob er feststeht oder nicht, also, ne, also muss zwar auch mal ganz ehrlich sein, so, wer da draußen hält dich denn davon jetzt ab, so, stell dir mal vor, ne, du entscheidest dich, auch wenn es nicht passiert, aber ist ja jetzt mal völlig egal, sag mal, du sagst in einem Monat so, ach, scheiß drauf, ich gehe doch, ich gehe da doch durch, du sagst, ach, scheiße, ne, aber ich habe das ja, ich habe das vorher irgendwelchen Menschen im Internet mal gesagt, dass ich es nicht mache, so, also, ich verstehe, was du meinst, ne, aber da muss man, ich versuche da mal gerade so ein bisschen die Spannung rauszunehmen, das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, ich weiß ja, wie du bist, und ich weiß ja auch, ähm, was unser, also, das ist, also, das Studium, was wir haben, ist ja das, was so unser Lebens, ich sag mal, Mittelpunkt ist, mehr oder weniger, ähm, und damit, wo wir uns immer beschäftigen, aber ich sag's dir mal ganz ehrlich, ich sag's dir jetzt mal wirklich ganz ehrlich, ich glaube, dass kaum jemand, der jetzt gerade gehört hat oder als wir diese ganze Einleitung gemacht haben, äh, ich glaube, die Leute sind erst mal froh, dass du gesund bist und nicht todkrank bist, so, ich glaube, das ist das Erste, ich glaube, für das, was wir da gerade an Spannung aufgebaut haben, auch mit dem Titel und sowas, ähm, oder ob du Vater geworden bist oder irgendwie sowas, ein auf den, äh, glaube ich, ist dieses Jahr, ich schiebe meinen Staatsexamen um ein halbes Jahr jetzt erstmal gar nicht so krass für die Leute, wie das klingt, als die Entscheidung, die es für dich jetzt wirklich ist, so, das ist auch nur eine Sache, ne, ich verstehe natürlich, dass es eine riesen Entscheidung für dich ist, ist ja auch eine Entscheidung für uns und für unsere Zukunft und, also, ne, in dem Sinne, deswegen ist es für uns natürlich ganz anders präsent, aber das geht wieder so ein bisschen in diese Richtung von, man denkt halt sehr häufig, dass man, äh, ja, dass alle auf einen gucken und so in dem Sinne und am Ende ist es halt so, ja, okay, dann mach's so, in dem Sinne, ne, heißt natürlich nicht, dass es nicht eine riesen Entscheidung auch mit, äh, strategischen, äh, Konsequenzen hat und so weiter und so fort, aber das sei erstmal dazu gesagt. Zweitens oder drittens, du musst dich ja eh von niemandem rechtfertigen, so, und was du nicht sagen willst, willst du nicht sagen und was du sagen willst, willst du halt sagen. Äh, das sind so die drei Dinge. Und vielleicht als Grundlage nochmal ganz kurz für die Leute, die jetzt gar nicht wissen, worüber wir sprechen. Lukas und ich studieren ja Medizin, ist ja klar, sind jetzt im fünften Jahr, im neunten Semester. Es steht noch ein zehntes Semester an mit einer, ähm, ja, mit ordentlich viel Klausuren, die, ähm, dann übergeht in diese Prüfungsphase vor unserem letzten, großen schriftlichen, äh, äh, Auftrag, sage ich mal, und zwar dem M2, das zweite Staatsexamen. Wenn man das fertig hat, geht man ins praktische Jahr, arbeitet im Krankenhaus, macht noch eine mündliche, das M3 und ist dann durch. So, das heißt, ähm, nur damit ihr das mal kurz einordnen könnt, der große Unterschied, der unsere Uni zum Beispiel, äh, oder was bei unserer Uni ist und mit den 102 Tagen, die du meintest, wäre ich ja dieses Jahr schon relativ gut bedienen, ähm, ist, dass, äh, einige Universitäten, so wie zum Beispiel auch in Berlin die Charité, sagt, ey, Leute, im zehnten Semester keine Klausur mehr. Und so konnte zum Beispiel meine Freundin, ähm, aus 102 Tagen oder wie gesagt in Magdeburg bei uns beispielsweise, waren es ja sogar unter 100 Tage, ähm, dann jetzt mehr machen und dann auch sich das strecken und schon während des Semesters entspannt anfangen für die Prüfung zu lernen. Äh, währenddessen zum Beispiel bei uns im Physikumslernplan waren bei uns auch, also hatten wir mit Ach und Krach irgendwie so die knappen 30, die wir uns dann nehmen konnten oder sowas, ähm, oder vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, weiß ich jetzt nicht genau, währenddessen zum Beispiel in Münster, so wie ich es gerade mitbekomme, 72 Tage, wenn man das so möchte, wenn man so früh ansteht, zur Verfügung ständen, ohne dass man eine Klausur schreiben muss. Der Grund ist also, wie du meintest, ohne dass du zu weit, äh, hinten aussohlen wolltest, durchaus schon so, dass man sagt, es ist eh immer schon relativ vollgepackt gewesen. So, das ist jetzt nicht so dieses, äh, ja, das ist jetzt einmal hart, sondern es war auch vorher schon hart. Heißt nicht, dass es woanders nicht hart ist, ne, klare Sache, aber nur um das nochmal so ein bisschen in einen gesunden Kontext zu bringen. Was ich mich so, ja, ne, sag mal. Ne, sag, ich will mich auch eigentlich gar nicht rechtfertigen, so, ne, das soll's auch gar nicht sein, das ist nur so, ne, vielleicht kann man die Begründung dann nachvollziehen, vielleicht hören das jetzt auch super viele und sagen, ey, na gut, juckt mich nicht, sowas oder halt machen, aber vielleicht ist es ja auch ganz interessant, so die Entscheidung dahinter so ein bisschen, ein bisschen nachzuempfinden oder nachzuvollziehen. Ich hab das auch, dadurch, dass ich das jetzt halt mit, auch mit anderen Leuten darüber gesprochen hab, auch hier und da mal mitbekommen, dass das jetzt auch nicht so unüblich ist, dass es halt Leute gibt, die das halt auch einfach machen und, ja, ne, aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ne, ist gut, ich wollte halt auch nochmal sagen, es gibt halt auch, es ist nicht unüblich, dass man zum Beispiel auch nicht in Regelstudienzeit bleibt in anderen Studiengängen, so. Beispielsweise, also ich mein, ich hab Freunde, die studieren seit 2015 einen Bachelor, so. Und, äh, bei denen ist das nicht mal so, dass sie es nicht schaffen oder dass sie nicht schneller fertig werden könnten, sondern sie sagen, ich hab den Druck nicht, so. Deswegen ist das, also ich find das so krass, dass es in Medizin häufig so ein riesen Ding ist und, ähm, schon so eine Sache von, ich zieh nicht durch, obwohl man eigentlich schon durchgetan hat und in anderen Studiengängen ist das irgendwie so völlig etabliert, dass großteilig nicht Regelstudienzeit gemacht wird. Ja, ich find aber auch, da ist auch so ein bisschen der Unterschied, das Studium geht ja eh schon saulange mit den sechs Jahren. Klar, ich sag mal, ein Bachelor-Master-Studium bist du auch fünf Jahre mit beschäftigt, das ist jetzt auch nur in Anführungszeichen ein Jahr weniger. Bei mir kommt aber auch noch dazu, ich hatte das eine Jahr in Ungarn noch, das heißt, im Prinzip geht mein Studium sieben Jahre, ähm, so gesehen dann jetzt siebeneinhalb Jahre, was dann schon auch eine lange Zeit ist. Das war so auch eine Hürde in mir zu sagen, okay, will ich jetzt wirklich mein Studium quasi dann auf sieben Jahre quasi, nee, quasi auf acht Jahre strecken, warte, ja, dann auf acht, nee, auf siebeneinhalb Jahre, genau, auf siebeneinhalb Jahre, ja, will ich das oder will ich das nicht, das war, war auch einfach so ein Grund, aber ich glaub, das ist halt auch ein Grund, weswegen im Medizinstudium versuchen dann doch viele, viele durchzuziehen und dann auch das Studium halt, äh, ja, dann in der Regelstudienzeit hinzuziehen, aber du hast recht, das ist in, in anderen Studiengängen ist das ganz oft ein ganz anderes, was, eigentlich ein ganz anderes Mindset zu sagen, ja, mein Gott, dann studiere ich halt ein halbes Jahr länger oder ein Jahr länger oder was, mein Gott, dann ist es halt so, ne. Ja, ähm, ich glaube, was trotzdem noch nicht so, also, was mich jetzt interessieren würde, ich meine, wir haben natürlich, das werdet ihr natürlich auch hinter, also, wenn ihr uns gerade hört, auch wissen, dass wir natürlich auch selbst darüber gesprochen haben, das ist ja jetzt nicht so, dass Lukas mir übrigens gestern eine Nachricht geschrieben hat und gesagt hat, yo, äh, adios, amigo, ne, sondern das ist natürlich schon auch ein Prozess und ich glaube, es wäre wirklich nochmal interessant zu wissen, war das jetzt für dich der einzige Grund oder was war es generell, weil ich habe es dir ja auch schon mal gesagt, wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie weit wir einsteigen wollen, aber du warst schon auch so stimmungstechnisch auch nicht immer so, wie man dich kennt, sagen wir es mal so und da hatte ich das Gefühl, war auch ein bisschen mehr dabei, als jetzt nur dieser eine Gedanke von, da ist ja 100 Tage Lernplan, so. Ja, also, ich finde es schwierig zu beschreiben, was genau so die Punkte sind, aber ich glaube, das ist, also, ich habe da natürlich auch drüber nachgedacht, das waren so, ich würde sagen, so das letzte halbe Jahr, vielleicht sogar schon ein Jahr, wo ich wirklich dann auch stimmungsmäßig wahrscheinlich hier und da mal Schwankungen hatte, dass mir, dass wir auch mal Tage waren, wo ich echt auch einfach extreme Durchhänge hatte, ähm, aber woran das jetzt genau liegt, da habe ich natürlich drüber nachgedacht, aber das lässt sich wahrscheinlich schwierig auf einen Punkt so herunterbrechen oder auf mehrere, ich glaube, dass das halt, das Ganze ist multifaktoriell gewesen, in Höchsterschein, sondern ich, ich denke, ja, ich denke einfach mal, das sind viele Dinge, die zustande gekommen sind, zusammengekommen sind, ich kann da ja auch nur so ein bisschen rumraten, was, was es alles ist, ähm, zum einen ist es so eine Theorie, die ich aufgestellt habe, ich habe in, also da fange ich jetzt wirklich am Anfang des Studiums mal an, in, in Säget, das eine Jahr in Ungarn habe ich extrem durchgezogen, ähm, da habe ich einen, einen sehr guten Schnitt gehabt, ich habe mir Druck gemacht, dass ich einen guten, guten Schnitt haben muss, um nach Deutschland wechseln zu können, das, das Jahr war quasi extrem nur darauf ausgelegt, gut in der Uni zu sein und eigentlich gab es nicht besonders viel anderes, natürlich hatte man auch schöne private Zeiten und sowas, aber im Großen und Ganzen war klar, der Fokus geht weg von dem, was vorher mein größtes Hobby war, dem Fußball, damit habe ich aufgehört, seit Studienbeginn, ähm, und habe extrem in Säge durchgezogen, was, was ich wollte, ne, worauf ich Bock hatte, ähm, dann bin ich nach, nach Deutschland gekommen, gut, das erste Studienjahr hier in Magdeburg war dann dementsprechend ein bisschen lockerer, aber ich sag mal, zum Physikum hin wurde es wieder sehr extrem, was, was die Uni halt angeht und man hat sich wieder sehr darauf fokussiert, ähm, und dann, ich weiß, wir wollen die Pandemie halt eigentlich so größtenteils hier rauslassen aus dem, aus dem Podcast, aber nach dem Physikum, halbes Jahr später, also wir hatten ja im Prinzip das fünfte Semester, war das Wintersemester, wo Corona, ich sag mal, wo man so langsam davon gehört hat, dass da in China, dass es da so eine Virusvariante da halt gibt, so ein Coronavirus, wo wir hier in Deutschland noch gesagt haben, ja, mein Gott, okay, äh, passiert schon nix, ähm, aber dann zum Sommersemester hin und während des Winters, wissen wir alle, hat es langsam angefangen, auch hier in Deutschland halt einzuschlagen, das heißt, wir hatten halt eigentlich nach dem Physikum ein halbes Jahr, also ein Semester, wo wir in der Klinik waren, wo wir aber einen extremen Postphysikum, so Durchhänger hatten, alle, und, ähm, ja, das im Prinzip die einzige Zeit war, wo man dann auch die, den klinischen Studienabschnitt, sagen wir mal, insofern, dass man auch das Privatleben wieder mehr genießen konnte, dass man da mehr, mehr machen konnte, oder zumindest hatte ich das, zumindest das Gefühl, man hatte das Gefühl, man hat die Möglichkeit wieder, sich mehr auf, auf private Dinge vielleicht auch zu fokussieren und zu konzentrieren, ähm, was ich so vorher, was ich so vorher einfach in der Vorklinik so sehr nicht hatte, ähm, und dann kam halt die Pandemie und ich denke mal, dass sich das dadurch dann halt auch so, so ein bisschen hochgeschaukelt hat, dass man dann halt weiterhin nichts wirklich Privates machen konnte, nicht wollte, immer noch nicht groß sollte, ähm, und das einfach, dass dann halt so viele Dinge waren, die halt zustande gekommen sind und dass ich dann, ja, dass das halt so ein großer Teil der Gründe waren, weswegen ich dann hinterher nicht mehr so gut drauf war, wie man dich, wie man mich sonst immer kennt. Obwohl ich, glaube ich, trotzdem jemand bin, der auch sagen könnte, pass auf, ich stelle mich, ich stelle mich da zurück und ziehe trotzdem weiter durch. Also ich glaube, ich könnte diesen 100-Tage-Lernplan trotzdem durchziehen und ich könnte das Staatsexamen trotzdem im Oktober schreiben. Die Frage ist halt nur, wie, wie gut würde es mir dann halt dann dabei gehen? Und da bin ich halt einfach in einer, muss man auch einfach sagen, in einer sehr komfortablen und luxuriösen Situation sagen zu können, pass auf, ich kann das Ganze halt auch aus privaten Gründen, ich kann das aus finanziellen Gründen, habe ich einfach auch die Möglichkeit zu sagen, ich, ich könnte, ich kann das verschieben, ohne dass ich, ich weiß nicht, nicht mehr meine Familie versorgen kann oder sonst irgendwas, weil ich halt halt einfach noch keine Familie, das ist ja auch, muss man ja auch einfach dazu sagen, das ist ja auch einfach nicht für jeden möglich, einfach mal sagen zu können, pass auf, ich nehme mir halt einfach die Zeit. Also ein paar Sachen kommen noch dazu, finde ich, also die ich unterstützen will und die ich habe auch nochmal so ein bisschen fragen, also die Sache ist ja auch folgendes, um da nochmal kurz einen Einstieg zu finden. Einige werden sich vielleicht natürlich auch fragen, was hat dein Umfeld dazu gesagt und was habe ich dazu konkret gesagt? Das unterscheidet sich natürlich auch nochmal so ein bisschen und da können wir auch ehrlich drüber sprechen. Was ich nur nochmal kurz sagen wollte, ist an der Stelle, gerade zum fünften Semester hatten wir zwar unser einziges normales, in Anführungsstrichen, klinisches Semester, wo ich aber auf jeden Fall auch unterstützen will, ist, wir hatten in dem Semester Pharmakologie, Mikrobiologie, wir hatten eigentlich noch kein, also wir hatten zwar innere Medizin, aber das Blockpraktikum zur Inneren hatten wir erst während der Zeit der Pandemie. Das heißt, das einzige Praktische, was wir gemacht haben, war unser erster Einführungsklopfkurs. Das war auch cool, das hat auch Spaß gemacht und da hat man auch das erste Mal und das einzige Mal zu dem Zeitpunkt Klinik geschnuppert und hat auch das Gefühl, oh geil, so. Auch die Kurse sind immer so ein bisschen differenziert zu betrachten. Die sind natürlich auch nicht immer das Gelbe vom Ei, ganz abhängig davon, wo man landet, aber was ich damit nur meine, es ist jetzt auch nicht so, als hätten wir ein geiles klinisches Semester gehabt, ganz zu schweige dessen, dass wir, wie du meintest, nach dem Physikum auch ein bisschen kaputt waren. Und die Sache, die man ja aber sagen muss, ist, dass es trotzdem natürlich in der Klinik bei uns zeitlich an sich besser geworden ist, sonst hätten wir diesen Podcast und all das, was wir gemacht haben im letzten Jahr ja gar nicht machen können. So, das hatte auch Jonas Gerlach mal in einem Video von sich gesagt, dass er persönlich es nicht geschafft hätte, YouTube und alles während des Physikums zu starten. Das wäre gar nicht möglich gewesen. Ich kann deinen Punkt verstehen und ich sehe auch, was du sagst mit der Pandemie und ich glaube, die Sache ist halt eben folgendermaßen, ohne dass ich jetzt mich zu sehr in die Diskussion von Verhaltensregeln und sowas irgendwie stürze. Lukas und ich haben uns aber auch sehr, sehr strikt an alles gehalten und zwar nicht in dem Rahmen, dass man sagt, wir haben uns daran gehalten, was erlaubt ist, sondern wir haben uns immer wieder, und das will ich an der Stelle einfach mal sagen, nicht nur gesagt, okay, es ist erlaubt, sondern wir haben gesagt, ist es denn auch sinnig? Wir haben nach unseren eigenen, sage ich mal, Vorstellungen in dieser Pandemie gehandelt und sind nicht, auch wenn es erlaubt war, auf den Weihnachtsmarkt gegangen. Wir sind nicht, auch wenn wir, wenn es erlaubt war, irgendwie, keine Ahnung, weil, haben uns mit zehn Leuten getroffen, weil es erlaubt war, sondern wir haben uns immer gesagt und das war, und ich verstehe nicht, warum viele Leute das nicht verstehen, in dieser Pandemie geht es nicht darum, was erlaubt ist, sondern die Devise ist immer, muss das gerade sein? Und wir haben für uns entschlossen, sehr, sehr häufig, müssen tun wir das nicht. Natürlich muss man auch auf sich selbst achten und so, und natürlich haben wir auch in kleinem Maßen Dinge für uns behalten oder so, aber was ich damit nur meine ist, es war jetzt nicht so, dass Lukas jemand war, der jetzt hier einen auf Mimimi macht und dann aber eigentlich irgendwie in die nächste Diskothek feiern gegangen ist, auch wenn es 2G Plus war, brauchen wir jetzt nicht über 2G Plus diskutieren. Weder jetzt, wie gesagt, doch gar nicht, ich kriege schon wieder Hass, wenn ich über dieses Thema sprechen muss, aber ich will da nur noch mal kurz sagen, weil viele Leute sagen, ich habe mich ja so eingeschränkt und das hat mich fertig gemacht, aber objektiv gesehen haben sie es nicht in dem Sinne gemacht, wie zum Beispiel du das gemacht hast oder wie ich das gemacht habe, will ich an der Stelle einfach mal sagen. Nur um das nochmal ein bisschen zu verstärken, wovon du sprichst, weißt du? Naja, klar, ich glaube, da habe ich zumindest ein bisschen die Keule halt auch irgendwann bekommen, so, dass das dann auch, das ist auch einfach was mit einem macht, wenn man halt lange Zeit mehr oder weniger isoliert, also dann doch auch lebt und das verliert man noch so ein Stück weit die Freude am Studium, also das will ich jetzt ein bisschen vorsichtig sagen, weil das soll nicht falsch rüberkommen, ich möchte nicht, dass man das irgendwie falsch versteht, aber ich denke mal, das können viele nachvollziehen, dass durch den ganzen Online-Unterricht und dass man, ich sage mal, dieses Studentenleben halt irgendwo verliert. Ich sage nach wie vor, dass man sehr viele Vorteile gewonnen hat durch die Online-Lehre und ich sage auch nach wie vor, dass es viele, viele Dinge gibt, die sich Universitäten im Allgemeinen gerne annehmen können und aus der Pandemie ziehen können und als Lernkonzept umsetzen können für die Zukunft, unabhängig davon, ob man in einer Pandemie lebt oder nicht. Meiner Meinung nach können viele Vorlesungen einfach weiterhin aufgezeichnet werden, wenn die gut strukturiert online aufgezeichnet werden und immer abrufbar sind, finde ich, ist das einfach ein extremer Mehrwert für, so wie ich das zumindest sehe, für alle Parteien. Da will ich jetzt aber gar nicht zu stark drauf einsteigen, aber dieser soziale Aspekt, natürlich auf einen Campus zu gehen oder sowas, habe ich am Anfang auch gar nicht gedacht, wie sehr das halt, ich sage mal, das Studienverhältnis halt oder beziehungsweise diese Studienlust beeinflusst, aber ich glaube, das hat es auch am Anfang der Pandemie nicht so sehr, aber nach und nach mit der Entwicklung der Pandemie, man hat nur zu Hause gesessen, an dem Schreibtisch, an dem man von mir aus gegessen hat, Football geguckt hat, hat man halt auch gelernt und sich Vorlesungen und Seminare und alles gleichzeitig halt reingezogen. Das, ja, da hat man halt in gewisser Weise ein Stück weit die Lust so am Studieren halt auch verloren. Und da ist so dieser, ja, vielleicht so einfach diesen Abstand mal dazu gewinnen, vielleicht, vielleicht bringt es auch nichts, keine Ahnung, aber das ist das, du wolltest ja auch gleich aufs Umfeld, aufs Umfeld mal eingehen, ist beispielsweise auch das, was natürlich sind meine Eltern mir da sehr wichtig, aber auch was mein Vater mir da stark geraten hat, weil er natürlich auch mitbekommen hat oder meine Eltern auch mitbekommen haben, dass ich da so hier und da mal sehr Unzufriedenheit war, dass sie gesagt haben, eben manchmal braucht man auch einfach diesen, diesen Abstand von einem Thema, um dann wieder neu die Lust daran zu, daran zu gewinnen. Wahrscheinlich können das viele verstehen, wie ich, wie ich das meine mit der Online-Lehre. Wie gesagt, ich möchte die eigentlich gar nicht zu stark kritisieren, weil ich eigentlich auch ein Befürworter von vielen, von vielen Dingen, was Online-Lernprogramme angeht, was aber sehr viele private Unis eigentlich schon umsetzen, jetzt nicht im medizinischen Bereich vielleicht, aber in, in anderen Bereichen haben, gibt es sehr viele private Hochschulen, die eigentlich eine Online-Lehre komplett durchziehen, was ich eigentlich als, als ziemlich clever und ja, eigentlich auch als, als ein gutes Konzept eigentlich ansehe. Vielleicht an der Stelle mal kurz nochmal unser zweites Timeout, damit wir das jetzt nicht vergessen, wir sind jetzt schon bei 30 Minuten angelangt und ich habe das Gefühl, die, die Folge hat noch ein bisschen was vor sich, weil gefühlt sind wir ja, also wir sind natürlich schon eingestiegen, aber gefühlt halt irgendwie auch noch nicht, ne, da gibt es ja noch ewig viel zu diskutieren. Deswegen. Ich habe, ich habe ganz ehrlich gesagt, wir handeln das Thema irgendwie in 10 Minuten ab und dann weiß man nicht mehr, worüber man reden soll. Hast du gedacht? Ne, also ich habe schon gedacht, dass man da, dass man da lange ins Gespräch kommen kann. Ähm, also an der Stelle, die Choro-Druckerie, nach wie vor 5% Code, Küchenmedizin, Küche groß geschrieben und mit Ü, Lü. Ähm, es ist witzig, dass man das dazu sagen muss, ne? Ja, genau, aber muss man. Und, äh, ich muss sagen, Lukas, meine Eltern hier haben, da habe ich mich sehr drüber gefreut, den Curry-Mango-Aufstrich und den Tomate-Basilikum-Aufstrich hier zu Hause gehabt. Und, äh, beim Weihnachtsfrühstück, wo meine Schwester dann auch da war, hat sie das das erste Mal probiert und, weil sie, sie wollte sich eigentlich selbst einen kaufen, hat aber keinen mehr bekommen, weil die ausverkauft waren. Ja, und dann hat sie eben den von, von meiner Mutter probiert und auch von meiner Schwester approved und, äh, das ist wichtig. Meinst du, wir haben die, hm? Meinst du, wir haben die Website gecrasht? Ja, das glaube ich jetzt ja nicht. Mit unserer Werbung für den Aufstrich? Das glaube ich jetzt ja nicht, aber, äh, wie gesagt, die Aufstriche sind geil, super nachhaltig, weniger Verpackungsmüll, dafür größere Sachen, deswegen definitiv, Leute. Ui! Ich weiß nicht, ob man den sieht, ich weiß nicht, ob man den sieht, aber hier dieser Proteinriegel, Moritz heißt der, ich stehe eigentlich nicht so richtig auf Proteinriegel, aber ich finde, der ist nochmal ein bisschen anders, so, keine Ahnung, klingt jetzt vielleicht ein bisschen wie billige Werbung, aber da kennst du so diese Proteinriegel, die so richtig gummimäßig irgendwie einfach schmecken, da esse ich sogar schon eigentlich lieber die veganen Varianten manchmal, die sind zwar manchmal, da hat man manchmal ein bisschen eine Wüste im Mund, aber die sind nicht, aber die haben nicht so diesen, diesen Zementkuchen. Ich weiß, was du meinst, ja, ja. Und das finde ich, hat, hat der halt nicht so sehr, der Proteinriegel von einer, von einer Koro-Drogerie. Deswegen, Koro erwähmt das Herz. Erwähmt das Herz. Nicht die Welt. Nicht die Umwelt. So nämlich. Also, Leute, weiter geht's im Text. Ich, ja, also, sagen wir es mal so. Du hast ja sehr viel Zuspruch bekommen, von jedem und von jeder. Hast ja auch von mir bekommen. Ich habe aber natürlich auch, äh, versucht, dir ein paar Dinge mit auf den Weg zu geben oder in unseren Gesprächen so mit rauszukristallisieren, was könnten denn auch die Nachteile sein. Denn, ihr wisst ja, Lukas und ich sind immer sehr ehrlich miteinander und können da auch, ähm, ähm, na, was heißt Kritik? Das ist ja keine Kritik, aber, ich meine, ich sag's mal so, ich bin ja von den Leuten in deinem Umfeld am ehesten in, also, kann deine Situation am ehesten jetzt nachvollziehen und ich weiß auch am ehesten, rein studientechnisch, welche Konsequenzen das haben könnte. Ja. Ja. Und noch da hinzuzufügen, ich finde, auch in der Freundschaft bringt es nicht immer um sich, sich gegenseitig den Bauch zu pinseln. Ja. Sondern, äh, man kommt nur vorwärts, wenn man, oder es entwickelt sich da gemeinsam irgendwie, wenn man auch, ich sag mal, andere Seiten beleuchtet und dass man auf andere Ideen und Gedanken mal kommt und nicht immer nur sagt, ja und ahm und so finde ich es eigentlich gut, wie du das machst und mach und dies und das, sondern man muss halt auch vielleicht auch mal, wenn man eine andere Sicht hat, auch darüber halt auch mal sprechen. Von daher finde ich, ist es vollkommen richtig in der Freundschaft. Ich habe ja auch zu dir gesagt, von dem, wie ich dich kenne oder wie ich dich jetzt in der letzten Zeit erlebt habe, sozusagen, ich war ja unmittelbar dabei, ich habe das ja mitbekommen und hatte dich ja auch immer mal wieder drauf angesprochen, so was los ist und so, aber, äh, da habe ich dann halt auch gesagt, so rein für dich persönlich, wenn du glaubst, dass das für dich sozusagen das Richtige ist, dann denke ich, ist das auf jeden Fall auch gut so, um das zu tun, das hatte ich ja immer gesagt. Ich hatte halt einfach nur so ein paar, ähm, Bedenken geäußert, die ich auch immer noch so ein bisschen im Kopf habe und da hatten wir ja gar nicht mehr drüber gesprochen, also ich weiß nicht, du wirst da ja mit Sicherheit dann trotzdem irgendwie eine, eine Gewichtung gefunden haben oder eine Lösung gefunden haben oder was auch immer, ähm, und zwar war zum Beispiel mein Gedanke, dass zwar 100 Tage sehr knapp sind, wenn man nur 100 Tage oder 102, 103 Tage zum Beispiel hat für den Lernplan, man aber, ähm, auch gucken muss, dass man aus 100, jetzt mal übertrieben gesagt, auch nicht 200 macht oder auch nicht 160 macht oder was, ähm, plus die, ähm, also einmal das, plus zweitens die Sache, die ich ja auch von dir und vor allem von mir selbst auch sehr gut kenne, mir fällt es unfassbar schwer, zum Winter zu lernen. Das hat natürlich auch einen Nachteil, im Sommer ist es warm, im Sommer hat man vielleicht auch mehr Bock, andere Dinge zu machen, aber für mich, ich merke es jetzt wieder, wenn es nicht richtig hell wird, weil es verregnerisch ist, um 14 Uhr immer noch irgendwie schon wieder gefühlt Richtung Abend geht, da, das killt mich, das killt mich komplett. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Und die dritte Sache, die ich so ein bisschen auch hatte, war, ähm, es kommt halt der Dezember mit Weihnachten dazwischen, mit all sowas, wo ich halt so ein bisschen für mich persönlich, oder zumindest hatte ich das mal aufgebracht, ähm, die Angst hätte, dass möglicherweise die Feiertage einen so ein bisschen in dem Plan dann blockieren. Und ich weiß halt nicht, ob ich kopftechnisch so weit abschalten könnte, dass ich sage, ich habe genug Zeit, so, das weiß halt, weiß ich nicht, ob ich das könnte, so. Ja. Klar, das sind, also das sind natürlich die Punkte und auch die, sagen wir mal, die Gefahren, über die ich auch nachgedacht habe. Ähm, ich glaube auch, dass es unrealistisch ist, zu sagen, ich mache da jetzt einen 200-Tage-Lernplan raus, oder einen 50-Tage-Lernplan raus. Das wird auch nicht, wird auch nicht meine Herangehensweise sein. Ähm, ich werde gucken, dass ich vielleicht mir so 100, 120, 130 Tage, so ähnlich wie es deine Freundin gemacht hat, das ist schon, das ist eine Variante, wo ich sage, dass, das glaube ich, dass das realistisch ist, weil da muss wirklich jeder zu sich selbst ehrlich sein. Ich glaube, es gibt ganz wenige Menschen, die wirklich sagen, wenn ich da gar keinen Druck habe und ich habe 160 Tage, dann eiert man rum. So, aber, also ich würde da zumindest rum eiern, deswegen 130 Tage und die Weihnachtstage, die du auch angesprochen hast, die werde ich da auch ausklammern, ähm, dass ich die, dass ich die rausrechne, damit ich zumindest weiß, es ist natürlich jetzt eine Spekulation, ne, vielleicht, vielleicht stehe ich genau in einem Jahr, wie du jetzt sagst, ähm, da und sag, fuck, ist irgendwie scheiße, jetzt über die Zeit, über die Zeit. Die Gefahr besteht natürlich. Aber ich hoffe mir so ein bisschen, dass ich dadurch, dass ich weiß, ich habe mir diese Tage quasi rausgenommen, die sind in den 130 Tagen dann nicht mit eingerechnet, dass ich die frei machen kann und dann wieder anfangen kann, so wie ich mir den Plan halt aufstelle und, ähm, ja, das ist jetzt halt einfach gefühlt so ein bisschen so meine Hoffnung. Natürlich weiß ich nicht, ob das hundertprozentig klappen wird. Ich habe da eigentlich ein ganz gutes Gefühl jetzt gerade, dass es so klappt, ähm, aber da kann ich eigentlich erst eben in einem Jahr dann ungefähr sagen, ob das dann halt wirklich, wirklich eine gute Idee war oder ob das, das mich so ein bisschen rauskatapultiert. Das ist natürlich auch eine Gefahr, worüber ich nachgedacht habe. Ja. Aber ich glaube eigentlich, ich würde das schon, ich würde das schon hinbekommen, weil ich auch, selbst wenn ich zum 1.1. starten würde, äh, über 100 Tage Zeit hätte. Mein Gedanke, also ich glaube, also ich verstehe deinen Punkt. Ich glaube, was mein Gedanke einfach nur wäre, wenn du, also dann hätte ich sogar nämlich an deiner Stelle sogar fast eher gesagt, ich weiß nicht, wie viele du am 1.1. hättest. Ob man dann nicht sogar am 1.1. am 1.1. anfängt. Weil ich, also ich glaube, der Plan fängt ja an mit Innere. So, das wird auch immer so bleiben. Und ich glaube, ähm, wie gesagt, ich habe den Plan noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, wie es ist, ne? Ich kann euch nur sagen, was ich vermute, aber ich weiß es halt eben nicht, dass wenn du gar nicht, es geht gar nicht unbedingt um die Tage, die du nicht lernst, sondern eher dadurch, dass du ja nicht lernst, streckst du den Plan ja noch weiter. Weißt du, weil du musst hier quasi noch mehr Zeit annehmen. Und ich hätte eine sehr einfache Angst. Dinge von Anfang Dezember, die hast du im April nicht mehr drauf. So, auch wenn du die sehr akribisch und mit ohne Druck, mit ohne Druck, ja moin, perfekt, mit ohne Mayo, ne? Ähm, gelernt hast, so. Das wäre einfach so ein bisschen meine Angst gewesen an der Stelle. So, das ist so ein bisschen die Sache, ähm, die mich einfach so ein bisschen, ja, und vielleicht ist es auch eine Sache, ich meine, ich kann das ja immer nur aus meiner Sicht beurteilen, wie, wie ich vermute, wie es mir gehen würde. Und bei dir weißt du ja nicht hundertprozentig, ich kenne dich ja nur so, was heißt ungefähr, aber ich weiß ja ungefähr, wie du drauf bist, aber ich weiß zum Beispiel auch, mir fällt das extrem schwierig, dieses On-Off, On-Off, weißt du, Lern, Vollfokus, drei Tage Weihnachtsferien oder von mir aus fünf, sechs, sieben Tage Weihnachtsferien und dann wieder Vollfokus. Ich weiß nicht, ob ich das könnte so. Aber das sind natürlich auch, sagen wir, das sind Spekulationen jetzt, wie du schon sagst, ne? Ja, ja. Ich glaube sogar, dass mir das in der Zeit auf so eine lange Sicht, hundert Tage, finde ich, ist schon recht lang, dass mir dann dieses Pausenmäßige eigentlich ganz gut tut. Und, das muss ich auch sagen, ich glaube, ich könnte auch an einem zweiten Weihnachtstag anfangen, auch wieder zu lernen. Wenn dann wirklich, es heißt, okay, jetzt ist Staatsexamen, dann sind mir die, also ich liebe Weihnachten, zumindest Heiligabend, erster Feiertag, aber so Richtung zweiter Feiertag ist bei mir schon so dieses, sagen wir mal, Post-Christmas-Hangover, ist dann eigentlich schon da. Das ist so eine Lehre, in der eigentlich nichts ist, in der ich mir gut vorstellen kann, dass ich da auch sagen kann, ich fange da wieder an zu lernen oder mache von mir aus immer einen halben Lerntag oder sowas. Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das funktioniert. Und Silvester, deswegen 1.1. und sowas, ich bin jetzt nicht der, also Silvester ist mir jetzt, feiere ich gerne, aber ist mir jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, dass ich da jetzt auch sagen muss, das könnte ich mir jetzt nicht in einem Jahr mal quasi rausnehmen. Wie gesagt, genauso wie du sagst, ich weiß, vielleicht stehe ich auch in einem Jahr da und sage, ey, das ist scheiße irgendwie um 16 Uhr zu lernen, wenn es dunkel ist. Kann natürlich genauso passieren. Genauso kann es aber auch passieren, da weiß ich noch in der Physikumszeit, da war es auch brutal heiß. Und das ist auch wieder schwierig. Von daher, man hat glaube ich sowohl im Winter als auch im Sommer irgendwo seine Vor- und Nachteile. Ich sehe das mit der Sonne und sowas sehe ich zu 1000%. Geht mir da eigentlich ziemlich ähnlich, aber ja, da gibt es auch, also ich sage mal, mit dieser Zeit freizunehmen, habe ich mir ja schon, habe ich mir auch überlegt, ob ich das jetzt unabhängig mache, das Staatsexamen zu verschieben oder nicht und habe da auch ein bisschen über den Zeitpunkt nachgedacht. Und insofern ist der Sommer natürlich auch, ich sage mal, gerade aktuell ein guter Zeitpunkt, sich eher den Sommer als den Winter dann zu nehmen, weil dann, ich sage mal, die pandemische Lage wahrscheinlich ein bisschen wieder zurückgehen wird, ist jetzt zumindest mal meine kleine Voraussicht. Und dass man dann vielleicht auch ein bisschen was unternehmen kann, dass man sich dann vielleicht doch auch irgendwo mal in ein anderes Land begeben kann. Das muss man natürlich alles abwarten, wie das weiter ist. Da sind wir jetzt gerade auch in den Zukunftsplänen. Aber das spielte auch so ein bisschen, so ein bisschen so mit da rein. Weißt du, wenn ich jetzt sage, ich mache mein Staatsexamen und danach nehme ich mich ein halbes Jahr raus, dann komme ich wieder in den Winter, wo ich zumindest jetzt nicht drauf setzen möchte, dass wir dann aus der Pandemie raus sind. Das, da möchte ich jetzt definitiv nicht, nicht drauf setzen. Das würde ich an deiner Stelle auch nicht machen. Also ja, das kann ich nachvollziehen. Klar. Es ist ja auch, wie gesagt, das ist ja gar nicht eine Sache gewesen in den Gesprächen, die wir geführt haben, wo es irgendwie in irgendeiner Art und Weise darum ging, dich umzustimmen. Das ist, glaube ich, jedem und jeder jetzt mittlerweile klar geworden. Es ging einfach nur noch mal darum, um dir zumindest noch mal ein bisschen aufzuzeigen, welche Befürchtungen ich hätte und was man zumindest mal in der Entscheidungsfindung, sage ich mal, mit beachten sollte. Und was auch dazu kommt, ist, aber da können wir, das ist vielleicht ein ganz guter Übergang zu dem, was du dann vorhast, weil ich halt auch so ein bisschen, ich kenne dich ja auch und ich hatte immer so ein bisschen Angst, dass möglicherweise passieren könnte, dass du dann da sitzt und dann dich am Ende vielleicht doch ärgerst oder die Zeit, die du dann hast, zwar nutzt, aber im Hinterkopf ein unwohles Gefühl haben könntest. So. Ja, ja. Und da kannst du einfach sagen. Nee, sag mal. Nee, nee, nur noch mal ganz kurz zu den Begründungen. Das ist jetzt unabhängig von uns beiden oder von mir oder so. Ja. Wenn jetzt irgendjemand anders vielleicht sein Studium, was weiß ich, unterbricht, abbricht, ein Jahr länger macht, was auch immer, finde ich, ist es mir zumindest jetzt noch mal irgendwie so ein bisschen klarer geworden, jetzt, wo ich selber quasi so ein bisschen in der Situation bin zu sagen, ich verschiebe es, dass es vielleicht auch Begründungen gibt, wie gesagt, das ist jetzt nicht auf mich bezogen, sondern auf einfach allgemein bezogen, wenn ihr das von jemandem mal vielleicht da draußen hört oder sowas, dass es vielleicht auch Begründungen gibt, über die die Person halt nicht sprechen möchte. Ja. So. Vielleicht gibt es ja auch irgendwas Privates, was man jetzt nicht seinem Kommilitonen, seiner Kommilitonen jetzt unbedingt erzählen möchte, sondern hat irgendwie andere Begründungen, aber eigentlich steht dahinter noch, weiß ich nicht, irgendwas Privates kann ja sein. Das ist so ein bisschen so eine Sache, die ich auch so die letzten Tage gemerkt habe, weil ich mir natürlich über die Folge jetzt hier auch Gedanken gemacht habe, was ich alles sage oder worüber ich alles sprechen möchte. An sich kann ich da über alles sprechen, nur, das ist mir dann nochmal so bewusst geworden, so okay, da gibt es vielleicht halt auch, ja, vielleicht hat der eine oder andere auch eine Begründung oder die eine oder andere auch eine Begründung, über die man jetzt so, ob das jetzt öffentlich ist, muss ja nicht immer unbedingt öffentlich sein, man kann ja auch einfach ein Kumpel oder eine Freundin sein oder so, dass es da vielleicht auch Begründungen gibt, die man nicht unbedingt immer jedem erzählen kann oder erzählen möchte. Ja. Aber gut, was war jetzt nochmal dann jetzt sehr ausgeschweift hier? Das hast du jetzt gerade nochmal gefragt, sorry. Ach, was die Pläne sind, ne? Nee, es ist ja gut, dass du es nochmal sagst. Ja, was jetzt dann sozusagen als nächstes der Plan ist, weil ihr müsst euch natürlich vorstellen, natürlich ist das in erster Linie eine Entscheidung für Lager, so und du weißt ja auch, ich habe das sofort unterstützt, als ich gemerkt habe, dass es für dich auch, ja, auch gefühlt emotional der richtige Schritt ist, so. Aber es hat natürlich auch eine Auswirkung auf uns, unser WG-Leben, weil du wirst ja logischerweise die Zeit nicht im Magde Town verbringen und so weiter und so fort. Und das sind natürlich Dinge, die muss man dann natürlich ganz klar regeln, ne? Sowas wie Podcast und all das da hinten dran, das sind Dinge, die gucken wir dann. Das ist jetzt, ich sage das jetzt mal nur nicht, weil das für mich präsent war, sondern weil ich mit dir wette, dass die Leute als nächstes fragen, so, ja, was ist jetzt mit euch in Bezug auf Podcast, geht das jetzt weiter? Kommen wir euch jetzt nicht zu sagen, so. Wir werden nichts versprechen, was geht. Der Plan ist jetzt, ich denke, das spricht für uns beide, jetzt erstmal nicht, dass man da vorhat, das jetzt irgendwie den Bach runterlaufen zu lassen, aber wir wissen eben auch nicht, was die Zukunft bringt. Und bevor wir jetzt irgendwas klar sagen und sagen, es wird nie irgendwas sonst wie, lassen wir das. Also lasst euch da überraschen. Die nächsten Wochen hatte ich euch angekündigt, wie es erstmal weitergeht und so viel dazu. Aber jetzt zu dir, dein Plan. Ja, also ich habe viele Gedanken mir natürlich gemacht, was kann man alles machen, weil auf einmal ist man ja in einer Position, die man ja seit Jahren so nicht kennt. Ja, man ist in einer Position, wo man sagt, okay, jetzt habe ich selbstbestimmt Monate frei, theoretisch, in der ich so gesehen machen kann, was ich, oder mehr oder weniger machen kann, was ich möchte. Wenn jetzt keine Pandemie wäre, könnte man machen, was man möchte, aber so ist man, deswegen sage ich, mehr oder weniger, kann man so mehr oder weniger machen, was man möchte. Das ist ja eine Situation, die, ja eigentlich kennt man die seit Studienbeginn nicht so richtig so. Deswegen, da war ich zum einen dann auch erstmal gedanklich ein bisschen überfordert. So, aber da kommen dann halt viele Gedanken. So ist das dann, guckt man dann, dass man, ich sage mal, sich ums, das gibt so ein bisschen so zwei Seiten, so kümmert man sich darum, dass man vielleicht das Studium insofern vorantreibt, dass man vielleicht sich eine Doktorarbeit organisiert, dass man in Krankenhäusern ist, weil man halt sehr viel Praktisches nicht mitgemacht hat. Oder, und dazu tendiere ich halt auf jeden Fall, und ich weiß, das hast du mir auch gesagt und auch andere Freunde auch gesagt, und das wird auch eher die Richtung halt sein, die ich einschlagen werde, lässt man dieses Studium einfach mal wirklich komplett zur Seite und macht halt eben diesen, diesen Schritt zurück und sagt, pass auf, jetzt mal kurz, sind jetzt mal zwei, drei, vier oder eher vier Monate, in denen man damit nichts zu tun hat. Und man bekommt mal eben halt einfach diesen Abstand quasi zu dem Studium. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, das war mit meinen Eltern vor allem Teil des Gesprächs, mit dir war es Teil im Gespräch, aber auch mit anderen Freunden oder andere sehr enge Freunde, mit denen ich darüber gesprochen habe, dass man eben diesen Abstand, dass der wahrscheinlich mir guttun wird. Und da ist jetzt halt natürlich die Frage, was möchte man da machen oder was kann man da halt vor allem machen? Ich würde eigentlich sehr gerne, das habe ich mir so ein bisschen in den Kopf gesetzt, noch mal nach Kanada gehen. Ich habe ja einen, vor dem Studium ein halbes Jahr habe ich in Kanada verbracht. Da habe ich immer noch sehr guten Kontakt hin. Und ja, das ist, das ist ein, ein Plan, dass ich, dass ich eben noch mal eine Zeit lang halt eben in Kanada verbringen möchte. Und da bin ich dann halt natürlich zeitlich, zeitlich sehr offen, wo, also wie lange ich da halt, da halt hinfahre. Und ob das, wenn das halt, das muss man natürlich wieder sagen, das muss man gucken, ob das pandemisch natürlich halt passt. Ich kann jetzt noch keinen Flug buchen, weil jetzt gerade ist Kanada wieder Hochrisikogebiet. Das wird halt sich erst in den nächsten Monaten wieder zeigen, wie sich das Ganze entwickelt. Leider. Aber das wäre, das wäre ein Gedanke. Und dann vielleicht halt auch noch mal irgendwie gucken, dass man nach, nach Frankreich fährt oder sowas. Da halt erstmal, ich sage mal, auch ins Ausland geht. Da ein bisschen Abstand zu gewinnt. Oder zu dem Studium halt ein bisschen, ein bisschen Abstand gewinnt. Ich würde sehr gerne, da habe ich mich jetzt für angemeldet, für eine, für eine Eignungsprüfung zum Fußballtrainer. Keine Ahnung, vielleicht ziehe ich das auch nicht durch. Ich weiß es nicht, aber da habe ich irgendwie wieder, ich habe wieder so richtig diese Lust auf einen Wettkampfsport irgendwie. Und da ich selber, sagen wir mal, durch meine Verletzung vor knapp anderthalb Jahren, mein Knie das vielleicht nicht mehr so richtig mitmacht. Schweren Herzens. Muss ich da ja den Fußballschuh vielleicht eher dann doch an den Nagel hängen. Habe ich überlegt, ob man das vielleicht über eine Trainertätigkeit dann vielleicht halt doch wieder auch wieder ins Leben rufen kann. Und ob man dann über den Sommer auch so eine Trainerprüfung, also so eine Trainerlizenz halt eben erwirbt. Es wäre eben die Fußballtrainer B-Lizenz, die ich mir da rausgeguckt habe. Da muss man eine Eignungsprüfung für machen. Da habe ich mir jetzt angemeldet für Ende April, dass ich die dann hoffentlich bestehe und dann eventuell halt eben diese Eignungsprüfung, diese Eignungsprüfung kostet 10er. Ist ein Haiermann. Aber die Lizenz selbst, die wird halt normalerweise von Fußballvereinen übernommen. Aber ich habe ja jetzt keinen Verein, in dem ich schon eine Trainertätigkeit habe. Zumindest war es bei meinem Vater so. Mein Vater hat auch mal ein paar Trainerlizenzen gemacht und da hat es halt eben der Verein übernommen. Aber diese Trainerlizenz, die B-Lizenz, die kostet 1100 Euro. Und das ist so eine Sache, wo ich dachte so, nein, warum? Ich habe irgendwie Bock, was über Fußball zu lernen, so vielleicht ein paar Kids ein bisschen was beibringen, zumindest jetzt gerade, stelle ich mir das irgendwie schön vor. Oder das in Zukunft halt irgendwie wieder generell so wieder so ins Leben zu rufen, weil ich weiß nicht, ich mag das irgendwie so. Ich hätte gerade vor allem eher Lust da so mit, nicht vielleicht direkt mit Kindern, so mit Jugendlichen so in dem Alter, sagen wir mal zwischen 13 bis 18 so, dass so die Altersspannung, wo ich sage, die könnte ich mir irgendwie ganz gut vorstellen. Da würde ich mich irgendwie sehen. Das war auch die Zeit, in der ich beispielsweise Fußball am meisten geliebt habe oder am meisten auch gelernt habe. Und da sagt man auch, das sind die goldenen Jahre im Fußball. Da lernt man auch am meisten. Ja, aber dass die 1100 Euro kostet, die Lizenz, da habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Das ist ein Urlaub, ne? Also das ist ein guter Urlaub. Das ist ein guter Urlaub, ja. Und gepaart halt mit den Überlegungen, vielleicht nach Kanada zu fliegen und dann nochmal so in den Urlaub zu fahren. Einen Goldesel habe ich nicht im Keller. Da muss ich eher gucken, was kann ich wie finanzieren. Aber das sind so Ideen, die ich jetzt halt gerade habe, die ich eigentlich auch ganz gerne, ganz gerne umsetzen wollen würde. Das mit der Trainertätigkeit, das ist irgendwie so ein bisschen, das sehe ich gerade eigentlich, um ehrlich zu sein, so ein bisschen am schwierigsten an. So einfach aus finanzieller, aus finanzieller Geschichte. Aber das ist eigentlich eine Sache, auf die ich mir vorstellen könnte, dass mir das Spaß macht, dass ich da Bock drauf habe. Und da habe ich halt den, ja wirklich den Abstand thematisch halt auch zum, zum, zum Medizinstudium. Also ich bin der Meinung, und das habe ich dir auch damals gesagt und hast ja eben auch schon nochmal bekräftigt, wenn du frei machst, dann mach frei. So, das war eigentlich meine komplette Devise. So, ich habe immer gesagt, überlegst dir, habe zumindest im Hinterkunft die Bedenken, die ich jetzt persönlich hätte, weiß aber, dass es dir gut gehen würde damit, wahrscheinlich, oder merke ja, dass das wahrscheinlich das Richtige für dich ist, deswegen würde ich dich da vollgehend unterstützen. Aber dann unter der Bedingung, dass Sense ist. Weil ich glaube zum Beispiel, und da, da bleibe ich auch immer noch dabei, ähm, Doktorarbeit hin oder her ist wichtig. Ich sehe den Punkt auch. Und das ist halt auch, ich verstehe, dass das immer dieser, ich meine, ist ja bei mir selbst so, man hat das immer am Kopf so, es ist immer irgendwie am Start. Aber wo ist der Unterschied? Du kannst, weißt du, es wäre ja nochmal ein Unterschied, wenn du dann sagst, ja mein Gott, dann mache ich halt die Doktorarbeit in drei Monaten. Das wird aber de facto nicht passieren. Weißt du, du nimmst das Ding so oder so mit. Und dann bist du drei Monate am hart, äh, durchschrubbeln, weil du halt einfach das Problem hast, dass, und da, ich weiß, du meintest, vielleicht hast du dann einen besseren geordneten Tag, aber ich glaube, wenn du frei hast, dann versuchst du so viel wie möglich davon zu schaffen. So. Und dann bist du halt wieder gefühlt in, in, in der Vollarbeit. So. Und dann bist du auch wieder bei, bei der Medizin. Deswegen, ich glaube, deine Pläne, die, die du jetzt hast, sind die, die, ich glaube, das ist das Schlauste. Also, ich glaube, das ist schon gut so. Und auch die Trainerlizenz, da würde ich dich auch sehen. So, da würde ich dich auch sehen. Da ist natürlich die Frage, ähm, am Ende, wie man das alles umsetzt. Erstmal muss man mal deine Eignungsprüfung bestehen, dann hier mal nicht so Töne spucken. Nein. Aber, äh, da gucken wir dann mal weiter. Aber. Ey, das ist, das ist eine mündliche, eine schriftliche und eine praktische Prüfung. Stabil. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt, ob ich da jetzt irgendwie was zugeschickt bekomme an Material, was ich durcharbeiten muss oder was. Ich dachte, ich, aber ich melde mich da an und dann sage ich ja mal, jo, hier, ich bin der, ich bin der Lagi, ich habe ein paar Jahre Fußball gespielt, ich würde keinen Trainer machen. Das ist, äh, aber ordentlich stabil. Ja, keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Werde ich, werde ich dann sehen, Ende April. Das will, da kannst du dann ja berichten, ähm, am Potipot. Ja, aber das sind ja, das sind ja so Dinge, die habe ich, äh, das, also das sind jetzt halt Dinge, die ich mal einfach mal so aufgeschrieben habe. So, was könnte ich machen? Was mache ich davon? Aber das sind so die, die Vorstellungen, die ich jetzt gerade halt habe. Ja. Und dann halt wirklich, von mir aus drei Monate, also dann den, den Juli, August, September, so, dass das halt wirklich blockiert ist für komplett frei machen. Was dann darüber hinauskommt, ich werde im Oktober ja auch nicht anfangen, für das Staatsexamen zu lernen, habe ich ja gerade schon gesagt, dass ich jetzt nicht, äh, 180 Tage Lernplan daraus mache. Ja. Ähm, da ist dann halt so die Frage, okay, macht man da dann vielleicht irgendwo Praktika, dass man sagt, da holt man vielleicht was Praktisches nach oder nicht, aber das, das habe ich jetzt noch nicht, das, da habe ich mich jetzt noch nicht mit ausgedeichselt bei mir selbst, sondern da muss ich nochmal, da muss ich nochmal für mich selbst evaluieren, da musst du dann vielleicht auch andere Dinge vorher erstmal klären, äh, bevor man sich darüber jetzt noch weiter Gedanken macht, ähm, deswegen Step by Step, aber das sind so die Gedanken, die ich mir jetzt in letzter Zeit, die letzten Tage so gemacht habe. Ja, ich denke, das ist dann auch am Ende das, was zählt. Also, dass du dich damit gut fühlst, dass du das Gefühl hast, dass es das Richtige ist und dann denke ich, wird sich alles andere irgendwann ergeben, so. Ja. Ähm, ich denke auch, dass es gar nicht, also, ich glaube, dass es halt so eine Sache ist, es ist halt auch einfach kein Einzelfall, ähm, ist, ich, also, ich meine mal, glaube ich auch, muss, also, habe ich mich auch so gefragt, es gibt auch Leute, die machen das auch ohne, dass sie sagen, ich habe einen Grund dafür. Die sagen halt einfach, ich habe Bock ins Ausland zu gehen und gehen dann ins Ausland, so. Auch das passiert so, ne, also, so ist es jetzt nicht. Ja. Deswegen, ähm, ja, ja. Wir werden sehen, was die Zeit bringt. Genau, bei mir ist mittlerweile so, ich sage, was ist das größte Risiko an der ganzen Geschichte? Ja. Das größte Risiko ist, klar, natürlich zum einen, dass ich sage, im Winter kann ich halt scheiße lernen und sowas, aber dass ich das Staatsexamen bestehe, trotzdem, auch wenn ich im Winter lernen muss, ja, da bin ich, da bin ich jetzt mal so ein Stück weit eingebildet, dass ich sage, das kriege ich schon auf die Kette, dann schaffe ich schon. Da braucht man nicht, das wirst du schaffen, klar, natürlich, natürlich. Ja. Das, das größte Risiko, was ich dann hinterher sagen kann, okay, ich habe, hätte es nicht machen müssen, ich habe das halbe Jahr im Prinzip weggeschmissen und habe ein halbes Jahr später angefangen zu arbeiten, aber dann, Herr Gott, dann ist es so. Ja, eben, eben. Ich glaube, das ist eigentlich eine gute Abrundung, oder? Oder würdest du jetzt sagen? Würde ich auch sagen. Nö, ich finde, das ist eigentlich gut. Man könnte wahrscheinlich noch über tausend Sachen sagen, aber das müssen wir jetzt, glaube ich, auch gar nicht weiter. Wir sind nämlich auch schon wieder eine Stunde hier. Wir sind schon wieder eine Stunde dabei, ich sehe es auch gerade. Also, ja, ich meine, am Ende ist es doch, ich, also, vielleicht eine emotionale Sache natürlich noch, für mich ist es natürlich schwierig, also natürlich, weil wir natürlich am Anfang an, das ist natürlich jetzt der deep story talk, ich meine, ich, Lukas weiß ja immer, dass das für mich jetzt, dass ich immer hinter dem stehe, was er für richtig hält, und wir haben auch immer, das war bei YouTube so, das war bei Insta so, das war beim Podcast so, und das ist auch in allen Dingen so, dass wir immer gesagt haben, es geht in erster Linie dabei, dass wir das, ja, quasi gemeinsam sozusagen entscheiden, dass wenn es für jemanden, egal in welcher Art und Weise, zu viel oder zu wenig oder was auch immer ist, dass das Letzte, was darunter leiden wird, die Freundschaft ist. Das haben wir uns immer geschworen, und das ist auch so, und das wird auch so bleiben. Und es gibt leider, haben wir beide ja im persönlichen Maße auch schon mal kennengelernt. Auch Situationen, in denen dann solche Dinge dann schwierig auch mit Wohnungsgeschichten irgendwie auseinander gehen, aber da sind wir ja weit von entfernt. Wir werden da gemeinsam eine Lösung finden, und das ist eben so diese Sache, ist jetzt auch kein Riesending in dem Sinne. Natürlich ist es aber so, dass wir am Anfang gemeinsam unser Physikum natürlich gemacht haben und so, und dass wir natürlich da uns das gesagt haben, dann komm, wir ballern das durch. Aber dass das ja nie der Grund ist, weshalb man irgendwas dann weitermacht oder nicht, das habe ich dir ja auch gesagt. Dass das natürlich nicht, das wäre ja hinrissig, es geht natürlich darum, dich. Deswegen will ich das gar nicht groß aufziehen. Ich wollte nur noch mal den Leuten jetzt irgendwie real darstellen, dass es natürlich für uns persönlich jetzt, das wissen wir ja auch, natürlich immer schwierig ist, so eine klare Sache. Aber wie gesagt, das steht natürlich untergeordnet. Ja, finde ich schon. Ja, aber natürlich ist das auch ein Ding. Das haben wir jetzt natürlich gar nicht beleuchtet, aber natürlich ist das auch ein Ding. Wir haben das Ding zusammen gestartet, wir haben uns am ersten Tag kennengelernt. Vor dem ersten Tag. Vor dem ersten Tag. Genau. Jetzt sagen wir mal so, am allerersten Tag, wo ich quasi die Uni Magdeburg so in Verbindung gebracht habe. Das war dieser Kleid. Natürlich ist das so. Natürlich wäre es auch irgendwo cool gewesen, wenn man noch den letzten Tag zusammen gemeinsam hier mit verbracht hätte. So, natürlich ist das auch eine Sache. Das ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen. So ein kleines Ding ist das jetzt eigentlich auch nicht. Nee, ich meine nur, ich will nicht, dass das, ich meine, für uns wissen wir ja, dass es kein kleines Ding ist, aber ich will nicht, dass Leute, die jetzt quasi die Folge hören, den Eindruck bekommen, dass ich daraus ein Ding machen würde von das oder das, weißt du, was ich meine? Ich will das nicht, das ist nicht der Mittelpunkt der Folge, denn das Mittelpunkt, das Mittelpunkt, ja moin, der Mittelpunkt ist quasi dein Gefühl und deine Situation und deine Entscheidung so. Und das meine ich nur damit, dass es nichts ist, wo man jetzt irgendwie, ja, ich glaube, es ist klar geworden, was ich meinte. Ich glaube, es ist klar geworden, was ich meinte. Ich wollte nur nochmal, dass die Leute wissen, dass das natürlich auch eine Sache ist, die da mit rein spielt. Weshalb glaube ich, und das ist vielleicht auch einer der Punkte, die wir eingangs gesagt haben, weshalb es für uns schwierig ist, natürlich diese Folge einzuleiten und für dich vielleicht davon anzufangen zu erzählen, weil es eben multifaktoriell ist, so in dem Sinn. Absolut. Das war doch als abschließend schön. Ich habe auch einen leichten Taller jetzt. Hast du? Ja, schon, schon. Hat sich ein bisschen gelegt, hat sich jetzt von den Händen, ist der Taller so ein bisschen hochgewandert zu den Achseln. Ja. Ich sage mal so, ich meine, eine allerletzte Sache, die kann man nicht beleuchten. Die kann man vielleicht irgendwann beleuchten, wenn wir beide durch sind mit dem Studium. Wir sagen ja immer, es ist hart, das Studium. Damit meinen wir nicht immer nur, also damit meinen wir in der Klinik nicht zwangsläufig die Schwierigkeit der Prüfung, sondern das spielt auch in so einer, ich meine, ihr wisst es, ich sage es jetzt mal sehr, sehr vorsichtig. Unterschiedliche Institutionen gehen mit unterschiedlichen Herausforderungen bezüglich zum Beispiel der Pandemie auch unterschiedlich um und da spielt vielleicht auch irgendwann im Punkto Durchhaltevermögen auch sowas eine Rolle und Frust auch eine Rolle und das sind auch Dinge, die mit rein spielen. Das vielleicht mal dazu gesagt, das ist halt auch nicht zu vernachlässigen, denke ich. Schön abgerundet. Ja. Und sehr diplomatisch ausgedrückt. Wollte ich gerade sagen, deswegen will ich da gar nicht viel hinzufügen, aber auch einen Punkt, den man vielleicht im Hinterkopf behalten kann als unabhängiger, unabhängige Zuhörerin oder Zuhörer. Genau. Lukas, es war mir ein Fest. Wunderschön. Das Jahr ist schwierig eingeleitet worden. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge trotzdem gefallen. Denkt an das Gewinnspiel, wenn ihr da Bock drauf habt oder vielleicht jemanden kennt, der die am TMS am Hamner teilnimmt, dann lasst ihr das doch auch einfach gerne wissen über unsere kleine Kooperation mit den Metcoaches. Steht ja jetzt bald wieder an, sind in ein paar Monaten wieder. Der TMS ist eine dicke, dicke Prüfung für sehr viele. Da auf jeden Fall schon mal an alle sehr viel Glück, egal mit welchen Unterlagen, natürlich viel Erfolg für den Hamner und für den TMS. Definitiv. Da beginnt für euch ja jetzt wahrscheinlich auch, gerade mit dem neuen Jahr, auch ein Lernplan, was für euch einfach gefühlt Zentrum des Lebens ist. Da drücke ich euch alle Daumen, die ich habe. Und Justin, damit würde ich sagen, schließe ich den Podcast.